Alles im Griff im Kiosk, die Dame macht die Brötchen, der Herr den Kaffee. Wir haben alles im Griff im Kiosk, auf einmal ist kein Strom mehr da, jetzt muss das Lohnabgad her, zum Glück haben wir eins da. Wir haben alles im Griff im Kiosk, da stellt die Dame fest, wo kommt denn plötzlich das Wasser her, nun muss der Hausmeister her, der ist im Urlaub, dann machen wir den Kiosk später auf. Wir haben alles im Griff im Kiosk, wir haben alles im Griff im Kiosk, versprochen wir nix, da fällt der Schein dazu, wir rufen jetzt den Chef mal an, der ruft den Klempner mal hier an, wir haben alles im Griff im Kiosk, wir haben alles im Griff im Kiosk, der kommt mit dem Auto an, und trotten bei der Zange die Schrauben am schlauen Fels. Wir haben alles im Griff im Kiosk, wir haben alles im Griff im Kiosk, wir haben sie wohl nicht selbst gemacht, ich habe die Schein nicht dazu, ach so. Das macht 70 Euro, plus Fahrkosten 20 Euro, und die Mehrwertsteuer dazu, 107 Euro 10, Kosten fallen schnell an, Kosten fallen schnell an, Kosten fallen sehr schnell an, Kosten fallen schnell an, Kosten fallen schnell an, Kosten fallen sehr schnell an, weil ich es nicht anders machen kann, weil ich es nicht anders machen kann, fallen schnell die Kosten an, fallen schnell die Kosten an. Im Kühlschrank ist die Wurst noch über lange, mir muss noch eine Wurst noch her, Eine neue Wurst muss noch her, kostenvoll schnell an, kostenvoll schnell an, kostenvoll schnell an, weil es nicht anders machen kann. Kostenvoll schnell an, kostenvoll schnell an, weil es nicht anders machen kann. Der Strom ist wieder da, hurra! Wir haben alles im Griff im Kiosk, wir haben alles im Griff im Kiosk.